Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt 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 Ich liebe diesen Teil Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt 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 Okay. Okay. Wir könnten hier rüber pflegen. Wir stehen schon im nächsten... Hier ist eine Seilrutsche. Da drüben ist ein Versorgungsbehälter. Ich habe hier Feindkontakt. Feuere! Ich lüfte den Schleier. Abschuss 2. Wieder ein Bogie weniger. Lade meine Schilder auf. Ich bin die neue Killspitzenreiterin. Ich lade meine Schilder auf. Ich lade meine Schilder auf. Neuer Killspitzenreiter. Ich lade meine Schilder auf. Ich lade meine Schilder auf. Ich lade meine Schilder. Ich lade meine Schilder auf. 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 Hände meine Schilder auf. Mein Schilder auf oderleben meine Schilder auf. Wann machen Sie sie an? Ich lade meine Schilde auf. 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 Ich werde geschossen. Wir sind aushaltend. Wir müssen hinein, um uns zu profilieren. Ich habe das Abzeichen unseres Teamkameraden geborgen. Ich werde beschossen. Wir müssen jetzt aktivieren. Wir müssen wohnen. Dann wird das Abzuholen kommen. Das ist das Abzuholen. Oh, ich weiß nicht. Nichts über ein LMG. Runde 1. Starte in die Luft. Hier Leute. Stufe 2. Frachtbord abgeschossen. Neuer Kehlspitzenreiter bestimmt. Ratet mal, wer einen Tresorschlüssel hat. Wir haben einen neuen Kehlspitzenreiter. Leute, das ist ja mal ein trauriger Gegner da drüben. Kehlspitzenreiter eliminiert. Einer dieser Stümper schießt auf mich. Feuere! Ein Gegner weniger. Lade meine Schilde auf. Und schneller werden. Lade ab. Davon der Bohnen ist nicht mehr. Ich empfohle, dass du in meinem Team bist. Geh sie hier lang, Leute. Ich bin getroffen. Ab eine Lallye. Lade nach. Ich habe keine schwere Munition mehr. Lade nach. Lade rein. haben beide andere feuert. Da. Noch einen. Lade nach. Ich könnte Verstärkung brauchen. Etwas Hilfe wäre schön. Es geht in den neuen Kill-Spitzenreiter. Neuer Kill-Spitzenreiter. Achtung, der Kill-Spitzenreiter wurde geblieben. Kautan läuft. T-60 und der Räume. Papier dergast. Wir müssen Verstärkung brauchen. Wir haben gesessert. Nicht mehr weit bis zum Ring. T-45 Sekunden. Nein! Hilfe! Hilfe! Böse Jungs! Ziehen wir's durch! Etwas Hilfe wäre schön. Nur noch 30 Sekunden. Nicht mehr weit bis zum Ring. Ich bin hier. Dann flicken wir dich mal zusammen, was? poop drauf! Es wird verletzt. Ja fathers auch. Treck! Was ist das? Was für deine Aktion. Sorry, wir brauchen alle ne Pinkelpause. Jetzt geht's los. Hier sind wir jetzt einem 1. Schroffinze. Sichtkontakt, beendet. 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 Gehen wir hier lang, okay? Habe einwährenden Visier. Lade Schilde. Los, los. Feuer. Werte beschossen. Sorge für verstärkte Deckung. Lade meine Schilde auf. Hier draußen ist ein völlig ahnungsloser Bogey. Verstärkte Deckung für euch, Leute. Da, einer von den Idioten. Verstärkung habe ich. Das hab ich erledigt. Lade nach! Hilfe! Davon erholen sie dich nicht mehr. Schöner K. Gut gemacht. Mache Hilfe! Gebt mit mir Sekunde. Ich muss mich heilen. Was machst du denn? Jetpacks wachsen nicht auf Freude. Wurscht nachladen. Wurscht nachladen. Wurscht nachladen. Spontorin countdown. Hier ist deine Kalempie. Lade meine Schilder auf. Replikator wird geflüchtet. Hier ist ein Evo-Schild. Stufe 3. Replikator kommt! Lade Schilder auf. Sekunde. Heilung läuft. Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Sekunde! Heilung läuft. Heile mich! Wartet. Hier ist eine Optik für Mitteldistanzen. Gehen wir hier lang, okay? Ha, aktiviere den Schleudersitz. Jetzt geht's los. Ja, ja. Der Ring ist nah und wir haben noch eine Minute. Hier ist eine Spitze. Noch 45 Sekunden. Zum Glück ist der Ring laut Radar nicht weit weg. Hier ist eine Spitze. Lade meine Schilder auf. Sieh unter Beschubung. Hilfe. Band ist hier. Ich will da gehen. Ich will da gehen. Schießt sich. Nur du und ich. Wir müssen schnell sein. So gell. Schneller, schneller, schneller. Na, Brot. Ich will da mit dem Schilder. Das ist das Beste überhaupt. Das ist das Beste. Wir haben unseren ersten Wurmköder, Kompatis. Ich habe keine schwere Munition mehr. Ich habe keine schwere Munition mehr. Hier ist eine Optik. Für nahe Distanzen. Ab hier ein. Zielgesichtet. Schüsse. Sie treffen mich. Schüsse können wir für uns ein. Werfe Termin. Ich bin am Boden. Ich kann gar nicht glauben, dass ich stillstehe. Das Glück, dass ich dich mache. Lade nach. Auf die Flecke. Komm schon, komm, warte. Steh auf. Komm, komm, komm. Augenblick. Heile mich. Das wird schon wieder. Hier ist leichter Munition. Lade Schilder auf. Lade Schilder auf. Seht mal, Leute. Wir sind im Ring. Da drüben könnte etwas sein. Ja, dieses Kerl-Paket sollten wir uns definitiv ansehen. Jetzt pack ich die Trickkiste aus. Entsende einen Köder. Schilder. 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 Grazie. Vielen Dank. Achtung, ich hab hier einen. Hier ist dein Evo-Shit. Stufe 2. Es sind noch 50% übrig, Leute. Ja, das ist einfache Mathematik. Neuer Kill Spitzen, Leute. Und bald bin ich es. Jetzt geht's los. Hier ist Schwere Munition. Hier ist Schwere Munition. Hier ist Schwere Munition. Lass uns die Gravitationskanone da drüben benutzen. Jetzt geht's los. Hier ist Schwere Munition. Ha-ha-ha-ha. Was ist das? Oh Mann, der nächste Ring ist weit weg. Replikator wird geliefert. Replikator im Anflug. Ich hab hier ne Gravitationskanone. Die sollten wir benutzen. Hier ist ein Optik. Geh mal da drüber. Eine Minute und der Ring ist nur einen Steinwurf entfernt. Ich bin stolz... Da drüben ist Bösewicht. Eine malerische Insel voller leckerer Viecher zum Grillen oder gegrillt werden. Maggie wäre garantiert begeistert. Verdammt. Ich glaube, ich bin es auch. Eröffne Feuer. Schüsse! Uns hilfst dich! Keinter Boden. Muss nachladen! Lapp! Setze Köderflucht ein! Hier kommt der gute alte Knöchel-Cluster. Da! Einer dieser Clowns! Schüsse! Und sie treffen mich! Der Mietkranator unterwegs! Lade da! Ring schießt dich! Zack! Und wieder einer! Oder so. Aktiviere meinen Knöchel-Cluster! Na! Erde beschossen! Muss nachladen! Feind eliminiert! Zack! Und wieder einer! Ja! Dieses Gerd vergeht aus dem Büro! Steht mit dir die Wand! Da schießt doch einer! Ich gönne meinen Schäden einer Aufladung! Jetzt kommt mein Knöchel-Cluster! Oh! Oh! Nein! 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 Da ist noch ein Spott! Ich knall sie ab! Scheiße! Ich bin am Boden! Okay! Ich bin am Boden! Ich bin am Boden! Das ist wie es enden.